Liebe Zuschauer, willkommen zu Gut Gelebt Rheinland-Pfalz heute am Freitag, den 28. Oktober. Der heutige Tag ist ein ganz besonderer, der Welt-Polio-Tag. Die Krankheit Poliomyelitis, kurz Polio oder besser bekannt unter Kinderlähmung, steht im Fokus des Interesses. Viele Menschen in Deutschland leiden noch heute unter den Folgen der gefährlichen Infektionskrankheit. Wir lernen gleich einen von ihnen kennen. Und außerdem sind das unsere Themen. Dommuseum. In der kommenden Woche tritt der neue Direktor des Mainzer Dommuseums seinen Dienst an. Wir sprechen schon heute mit ihm. Und Euroblüten. Wie sie Falschgeld erkennen und was sie tun sollten, wenn sie welches in die Hand bekommen. Dazu Tipps vom Landeskriminalamt. Liebe Zuschauer, seit den 1990er Jahren gilt der Polioerreger in Deutschland als ausgerottet, dank eines Impfstoffes. Doch viele Menschen, die sich vor dieser Zeit angesteckt haben, leiden noch heute unter diesen Folgen. Bei mir zu Gast ist jetzt Wolfgang Grimm. Herzlich Willkommen. Herr Grimm, Sie selber sind betroffen. Wie hat sich damals die Krankheit bei Ihnen bemerkbar gemacht? Ja, bei mir ist das so entstanden. Ich war 17 Jahre alt im Sommer 1961. Und plötzlich hatte ich an einem Nachmittag Schmerzen im Knick und hatte so leichte Versteifungen. Das wurde immer schwieriger, immer schlimmer. Und dann haben meine Eltern den Arzt geholt. Und der Arzt hat an dem Abend noch mich untersucht, dabei auch Reflexe an den Beinen untersucht. Und da sagte er, wie er rausging, der Junge hat Kinderlähmung. Und daraufhin bin ich sofort in die Intensivstation der Uniklinik Mainz gekommen und wurde da einige Monate, einige Wochen, viel mehr Monate waren es nicht behandelt. Aber erst nach einer Phase von ungefähr drei Wochen, in der die Entzündung im Körper war, in der man nichts tun konnte. Ich war dann gelähmt mit den beiden Beinen, der rechte Arm, der Bauch. Und es ging so weit, dass man befürchtete, die eiserne Lunge müsste aktiviert werden. Aber das kam zum Glück nicht zustande. Als diese drei Wochen um waren und die Entzündung zurückgegangen ist, konnten Sie sich dann wieder bewegen? Nein, ich konnte mich nicht bewegen. Die Beine waren vollkommen tot, wenn man so will. Die konnte ich anziehen und fallen lassen, als wenn sie nicht zu mir gehörten. Aber dann wurde, was meine Person betraf, etwas unternommen. Ich war damals Privatpatient, mein Vater hat alles dran gesetzt und da wurde ich mit einem Mittel gespritzt, was aus Amerika kam. Und es war so, dass ich nach ungefähr ein oder anderthalb Monaten doch wieder versucht habe, mich zu bewegen. Und es ging dann langsam, aber sicher aufwärts. Wie lange hat es dann gedauert, bis Sie sich einigermaßen wieder normal bewegen konnten? Weil wenn ich Sie jetzt sehe, auf mich machen Sie einen Eindruck, als wäre nichts. Ja, also ich bin da verhältnismäßig schnell wieder aufgestanden. Das heißt, ich bin im August wieder langsam gelaufen. Ich konnte mich wieder bewegen. Ich bin also wirklich wieder auf die Beine gekommen. Und ein typisches Beispiel war, Ende September habe ich sogar bei einem Kirmesbesuch den ersten Tanz wieder gewagt. Also das heißt, bei mir hat sich diese Regeneration der Muskeln oder der noch vorhandenen Muskeln sehr schnell wieder gefestigt. Das heißt, ich war nachher so weit wiederhergestellt, dass ich normal gehen konnte. Man hat es kaum gemerkt, außerdem, dass man gesehen hat, dass das Bein dünn war, das eine Bein und so. So kleine Schönheitsfehler. Aber ansonsten war ich wirklich fast hergestellt, konnte nicht mehr springen. Das ist die einzige Einschränkung, die ich als junger Mensch hatte. Jetzt ist es ja schon ein paar Jahre her, dass Sie 17 waren. Was für Beeinträchtigungen haben Sie denn heute? Haben Sie noch welche? Ja, also ich hatte das Glück, dass ich meinen ursprünglichen Berufswunsch nicht machen musste. Ich komme von einem großen Bauernhof, sondern ich bin dann in das Bankwesen, an die Sparkasse gekommen und habe da meine Karriere gemacht. Und habe eigentlich durch diesen Beruf natürlich keine körperlichen Anstrengungen gehabt und habe das wunderbar geschafft. Nur vor ungefähr 15 Jahren merkte ich eine plötzliche Erschöpfung in meinem Körper, die sich im Geist, also ich mittags wurde, ich plötzlich im Büro, manchmal halte ich so Aussätze. Und da wurde festgestellt durch die Unterstützung einer Selbsthilfegruppe hier in Mainz, durch einen Neurologen, dass ich das sogenannte Postpoliosyndrom habe. Das ist eine Spätfolge der Kinderlähmung, was heute sehr viele Patienten haben, kommt meistens nach drei, vier Jahrzehnten der Erkrankung. Und das ist das, was mir heute zu schaffen macht. Mein Laufen ist beschränkt, aber ansonsten, wie gesagt, die Erschöpfung, okay, aber das ist alles erträglich, aber es schreitet fort. Das heißt, die Muskeln werden immer schwächer. Also man kann durchaus sagen, die Folgen dieser Krankheit haben Ihren Lebensweg in eine völlig andere Richtung gelenkt. Ja, wenn Sie den Ursprung als Bauer und dann plötzlich als Sparkassenmann, das war auch eine Empfehlung des Professors, dass er meinem Vater das geraten hat, man möge den Jungen nicht dazu zwingen. Ich hätte es sicherlich tun, aber nach den Erkenntnissen von heute hätte mich das sicherlich körperlich schon viel früher in diese Lage versetzt, dass ich nicht mehr leistungsfähig wäre. Sie haben irgendwann eine Selbsthilfegruppe gegründet. Mit welchem Ziel? Ja, wir haben uns vor 2005 in Bad Kreuzner zu einer Selbsthilfegruppe gefunden, 25 betroffen aus dem rhein-hessischen Bereich, weil wir uns gegenseitig helfen wollen. Das heißt, unterstützen wollen, die Probleme erörtern, das fängt ja damit an, welchen Arzt kann ich besuchen. Es gibt ja wenige Ärzte, die sich noch mit Polio beschäftigen. Und solche Dinge werden da besprochen, Vorträge. Man versucht sich gegenseitig zu helfen, mit Hinweisen und so weiter. Also so eine Selbsthilfegruppe ist sehr wichtig und gibt einem auch eine gewisse Sicherheit. Wie können denn Betroffene Kontakt zu Ihnen oder zu Ihrer Selbsthilfegruppe aufnehmen? Ja, die Selbsthilfegruppe ist organisiert im Landesverband Rheinland-Pfalz. Der ist im Internet ja auch vertreten, der Landesverband. Und da sind die Selbsthilfegruppe, die in Rheinland-Pfalz tätig sind, alle aufgeführt. Der Sprecher unserer Gruppe ist ein Herr Gilles aus Budenheim hier in Mainz. Und auch meine Person, ich bin also auch aktiv im Verband da tätig. Mich kann man ansprechen, wir sind jetzt so ungefähr 40 Personen, die sich da alle Vierteljahr treffen und diese Probleme erörtern durch Vorträge und so weiter. Was eigentlich alles so ansteht, jeder hat seine Probleme und so weiter. Sie sagen gerade durch Vorträge. Welche Öffentlichkeitsarbeit betreiben Sie denn? Also die Öffentlichkeitsarbeit wird weitgehend durch den Landesverband getan. Es war jetzt erst vor wenigen Wochen ein großer Poliotag in Koblenz. Übrigens ist Koblenz eine Station, die einzige Station der Bundesrepublik für Poliopatienten bei Dr. Rütz im Brüderkrankenhaus. Da kann man sich hinwenden und diese Veranstaltung ist bundesweit anerkannt mit sehr vielen Fachvorträgen und Hilfestellungen auch durch Hilfsmöglichkeiten wie Rollstühle, Gehhilfen und so weiter. Denn viele, die Masse der Patienten sind ja auf Hilfen angewiesen. Bei mir reicht es Gott sei Dank an Stock. Wolfgang Grimm, herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast waren und vielen Dank, dass Sie uns so ausführlich alles geschildert haben. Liebe Zuschauer, das Dommuseum in Mainz beherbergt eine der bedeutendsten Kunstsammlungen in Rheinland-Pfalz. Ein Museum, das neue Wege gehen will mit einem neuen Direktor. Seit Jahrhunderten steht der Mainzer Dom an Ort und Stelle eine wechselhafte Geschichte, zeichnet das Bauwerk aus. Angegliedert ist auch das Dom- und Diözesanmuseum. Es beherbergt eine Fülle von bedeutenden Exponaten. Geprägt hat das Museum in den vergangenen 23 Jahren Dr. Hans-Jürgen Kotzur und der geht nun in den wohlverdienten Ruhestand. Sein Nachfolger wird Dr. Winfried Wilhelmi, ein neuer Mann an einem alten Ort, an dem aber noch viel bewegt werden muss. Denn pro Jahr finden nur etwa 6000 Besucher den Weg ins Museum. Sein Credo ist deshalb denkbar einfach. Die Kunst muss zu den Menschen kommen. Die Kunst muss zu den Menschen kommen. Darüber und über andere Dinge möchte ich jetzt mit dem neuen Direktor des Dommuseums sprechen. Dr. Winfried Wilhelmi, herzlich willkommen. Guten Tag. Was wollen Sie denn anders machen als Ihr Vorgänger? Am 1. November treten Sie offiziell das neue Amt ein und Sie sagen, die Kunst muss zu den Menschen kommen. Was machen Sie anders? Nun, wir müssen im Dommuseum nicht das Rad neu erfinden, aber ich möchte vor allen Dingen ein Servicemuseum entwickeln, das nicht nur attraktive Sonderausstellungen mit attraktiven Themen bietet, sondern eben vor allen Dingen auch Komfort. Denn wenn ich selber Museen besuche, dann ist es mir meistens zu warm, ich habe Durst, ich finde keine bequemen Sitzmöglichkeiten. All diese Dinge gehören heutzutage existenziell dazu. Und unsere wichtigste und vornehmste Klientel sind Senioren. Und denen darf man ruhig schon mal etwas anbieten. Im wahrsten Sinne des Wortes bis hin zum Getränk. Das heißt, Sie werden, was den Service anbelangt, vieles neu gestalten. Vieles gab es bei uns zumindest im Haus bislang noch nie. Und ich möchte wirklich, dass die Leute sich bei uns wohlfühlen, dass sie eben nicht ins Schwitzen kommen, dass sie sich heimisch fühlen und dass sie vor allen Dingen wiederkommen und zwar gerne wiederkommen. Und nicht nur wegen der Kunst, und da haben wir tolle Sachen zu bieten, aber ich möchte, dass der Besucher und die Besucherin wiederkommt, auch wegen des Service, den wir zu bieten haben. Zum Beispiel eine Leseecke, in der man weitergehend mal schmückern darf, einen attraktiven Museumshop. All diese Dinge, die heutzutage einfach dazugehören. Sie sind ja schon seit vielen Jahren im Dommuseum beschäftigt. Es gibt ja eine Vielzahl von Kunstobjekten. Kennen Sie alle? Ja, ich denke, ich kenne schon alle, jedenfalls soweit ich mich damit bislang beschäftigt habe. Ich habe in den letzten 20 Jahren, die ich da bin, ungefähr 20.000 Objekte inventarisiert. Muss aber zugeben, es gibt noch einige Schubladen, in denen manche schlummert, was ich nur vom ganz groben Augenschein her kenne, aber noch nicht intensiv bearbeitet habe. Von daher ist mit Sicherheit noch manche Überraschungen zu erwarten. Haben Sie denn Lieblingsexponate? Aber ja, ich bin ein Liebhaber des Mittelalters und da sind insbesondere unsere Buchmalereien aus dem 11. und 12. Jahrhundert mein Topfavorit und mein absoluter Liebling, die Gobelins, die Tapisserien aus der spätgutischen Zeit mit Minneszenen, mit Drachen, mit törichten Jungfrauen, Gold- und Silbergewebe. Also das sind meine absoluten Favoriten. Sie werden aber nur selten gezeigt, weil sie sehr empfindlich sind, aber immer mal wieder zu besonderen Gelegenheiten. Sie haben uns ein Exponat mitgebracht. Das liegt hier auf dem Tisch. Das ist eine Puppe. Ich darf die mal in die Hand nehmen. Ist das ein Lieblingsobjekt von Ihnen? Es ist eines der anrührendsten, finde ich, denn es ist eine der Puppen, die Bischof Kettler, der ja dieses Jahr 200. Geburtstag feiert, extra hat anfertigen lassen, um Waisenkindern zu Weihnachten eine Freude zu machen. Puppen waren damals für Arbeiterkinder unerschwinglich und es ist auch vom Handwerklichen her, wenn man sich das feine Gewand anschaut. Eine ganz fantastische Arbeit. Und nach 150 Jahren denke ich, wird keine Barbie so gut aussehen wie diese Dame hier. Das stimmt, ja. In der Vergangenheit hat es immer wieder Sonderausstellungen gegeben. Wird es in Zukunft vermehrt welche geben? Wir hatten eben, sagen wir, zwei bis drei Jahresrhythmus große Sonderausstellungen mit umfangreichem Leihverkehr. Ich möchte die Größe der Ausstellungen etwas zurückfahren, vor allen Dingen, weil Leihverkehr heutzutage absolut nicht mehr bezahlbar ist. Möchte dafür aber aus unseren unglaublich reichen Eigenbeständen zwei bis drei Ausstellungen pro Jahr wohlgemerkt anbieten und nicht mehr eben nur alle drei Jahre, aber dafür wirklich unsere ganze Fülle an Schätzen, ob es Textilien, Gold und Silber oder solche Dinge sind, eben in thematischen Sonderausstellungen aufbereiten. Schwerpunkt wirklich Themen mentalitätsgeschichtlicher Art, die bei den Besucherinnen und Besuchern, denke ich, Interesse finden werden. Wie zum Beispiel meine erste Ausstellung als Direktor, speziell als Geschenk für die Stadt Mainz, eine Ausstellung zum Thema Lachen im Mittelalter. Sie haben uns da einen Flyer mitgebracht. Die Ausstellung geht wann los? Sie beginnt am 27. April, zwar außerhalb der Kampagne, aber dafür, denke ich, haben die fast nach der Schule ein bisschen mehr Zeit, um die Ausstellung dann zu besuchen. Und sie wird das ganze Thema Lachen im Mittelalter, wie man es ja durch Umberto Eco kennt, abhandeln und den ganzen spannenden Fragen nachgehen. Darf Christus lachen? Wer hat überhaupt gelacht? Und wie ist das mit dem Aristoteles? Und so weiter und so weiter. Ich würde ganz gerne mit Ihnen nochmal über die Besucherzahlen sprechen. Die sind ja mit 6000 im Jahr relativ gering. Inwieweit müssen Sie neue Wege gehen, um zum Beispiel Jugendliche ins Museum zu bekommen? Sie haben jetzt im August, seit dem August gibt es diesen virtuellen Rundgang, den Besucher machen können. Inwieweit werden Sie weiter solche Wege gehen? Natürlich müssen wir mit den neuen Medien arbeiten, selbstverständlich. Gerade thematisch auch im Zusammenhang mit Sonderausstellungen. Zum Beispiel bei der Lachausstellung gibt es ja im Internet Lachclubs. Die werden wir am Tag des Lachens, das ist der erste Sonntag im Mai, werden wir speziell über Facebook und Ähnliches einladen. Vor allen Dingen werden wir aber ein ganz umfangreiches museumspädagogisches Programm anbieten. Das Bistum hat freundlicherweise die halbe Stelle einer Museumspädagogin genehmigt. Und deswegen wird es ganz gezielt Führungen für Senioren, Kinder und Ähnliches geben. Und wenn Sie einleitend gesagt haben, die Kunst muss zu den Leuten kommen. Das war Ihr Zitat. Genau, das wird passieren, dass eben Senioren gemütlich bei Kunst und Kreppel in unserer barocken Kapitelstube zusammensitzen. Ich bringe drei bis vier Exponate zum Besucher hin. Das kann man auch mal anfassen und dann wird das umfassend erklärt. Solche Serviceführungen zum Beispiel möchte ich anbieten. Und ich denke, auch durch diesen Komfortrahmen wird das schon Schufluch sein. Und sowas wird teilweise dann auch jeden Sonntag angeboten. Jetzt sind natürlich diese ganzen Ziele, die Sie haben, nicht von jetzt auf gleich umsetzbar. Was haben Sie sich denn für ein Ziel gesetzt, was die Besucherzahlen anbelangt? Ich gebe mir drei Jahre Zeit und möchte am Ende dessen im prozentualen Steigerung die Besucherzahlen jeweils verdoppelt haben. Wir haben im Moment 6.000 bis 8.000 Besucher ohne Sonderausstellung. Ich möchte diese Zahl bis 2013 auf das Doppelte gesteigert haben und 2014 als Grundzahl über 20.000 Besucher erreichen. Durch Sonderausstellung entsprechend mehr. Der neue Direktor des Dommuseums, Dr. Winfried Wilhelmi, herzlichen Dank, dass Sie heute zu Gast waren und viel Erfolg für die Zukunft. Ich habe zu danken. Liebe Zuschauer, die Sonderausstellung im Dom ist erst ab April im nächsten Jahr zu sehen. Was jetzt zurzeit alles aktuell zu sehen ist an Veranstaltungen, hat man mit der Kollegin Sarah Sauter für Sie zusammengefasst. 2011 ist Salia-Jahr in Speyer. Das Historische Museum der Pfalz zeigt zum Jubiläum eine Großausstellung, die die Zeit der späten Salia in den Mittelpunkt stellt. Zu sehen sind zum Beispiel wertvolle Handschriften, kostbare liturgische Geräte, Skulpturen, Bauplastiken und Funde aus dem alltäglichen Leben. Die Ausstellung, die Salia macht im Wandel, sehen Sie noch bis zum 30. Oktober im Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Eintrittspreise und Öffnungszeiten erfahren Sie auf museum.speyer.de Im Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern geht es kunterbunt zu. In der Skulpturenausstellung mit Werken aus der Sammlung des Hauses steht die Farbe im Mittelpunkt. Farben beeinflussen den Betrachter bewusst und unterbewusst, lösen Emotionen und Assoziationen aus. Die unterschiedlichen Eigenschaften und Wirkungsweisen von Farbe nutzen auch Bildhauer für ihre Werke. Die hervorragenden farbigen Arbeiten in der Pfalzgalerie laden ein, sich mit der Wirkung von Farbe, Form und Raum zu beschäftigen. Es gibt nicht nur eine Lieblingsfarbe, bunt ist die neue Lieblingsfarbe. Bildhauer treibens bunt, noch bis zum 30. Oktober im Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern. Weitere Informationen auf pfalzgalerie.de Die Evangelische Erlösergemeinde Mainz-Kastell zeigt in Kooperation mit der Galerie Mainzer Kunst die Ausstellung Den Augen ein Fest. Präsentiert werden Malereien von Juliane Gottwald. Das Besondere an dieser Ausstellung, die Malereien hängen in der Kirche der Erlösergemeinde und werden dort präsentiert. Juliane Gottwald malt großflächige, farbenfrohe Früchte und Blumen, wie zum Beispiel Astern, Tulpen und Zwetschgen oder sogar einen Kreppel. Den Augen ein Fest, noch bis zum 6. November in der Evangelischen Erlösergemeinde Mainz-Kastell. Nähere Infos unter erlösergemeinde-kastell.de Liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt glauben, ich würde viel Geld in der Hand halten, dann muss ich Ihnen leider sagen, das ist falsch. Denn mehr als die Hälfte der Geldscheine sind Falschgeld. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Frank Hasenkleber vom Landeskriminalamt. Herzlich Willkommen. Hallo. Wie viel Falschgeld ist im Umlauf derzeit? Also derzeit, ganz aktuell kann ich Ihnen sagen, dass wir bundesweit im dritten Quartal 11.000 Falschnoten im Umlauf gehabt haben. Um Ihnen da mal einen Vergleich zu machen, wie die Größenordnung ist, das sind circa 5 Falschnoten auf 10.000 Einwohner. Europaweit ist die Zahl ein bisschen anders. Da haben wir in dem gleichen Quartal 155.000 Falschnoten gehabt. Und das würde dann so circa 19 Falschnoten pro 10.000 Einwohner sein. Kann man irgendwas darüber sagen, wo dieses Falschgeld herkommt? Ist es der Einzeltäter oder hängen da ganze Gruppen dran, die diese Geldscheine produzieren? Also ich würde ganz einfach sagen, es gibt Einzeltäter, die über einen Farbkopierer versuchen, Geldscheine herzustellen. Aber das überwiegende Material, was kommt an Falschnoten, wird von professionellen Gruppierungen, also kriminellen Gruppierungen hergestellt und produziert. Momentan könnte man sagen, dass ein Teil dieser Noten, die ich Ihnen auch mitgebracht habe, vermutlich aus Italien kommen. Jetzt galt doch der Euro bei der Einführung als hundertprozentig fälschungssicher. Wie kann es denn jetzt trotzdem sein, dass so viel Geld, oder sagen wir mal, warum wir es nicht werten, aber dass immer wieder Falschgeld im Umlauf ist? Ja, das müssen Sie ganz einfach so sehen. Fälschungssicher heißt ja, dass er gefälscht werden kann, man ihn aber immer noch so ohne technische Mittel erkennen kann, was eine Fälschung und keine ist. Die Fälschungsmerkmale sind ähnlich der D-Mark und es gibt eine Umfrage der Bundesbank und die meisten Bürger gucken nach dem Sicherheitsfaden, nach dem Hologramm, nach dem Wasserzeichen. Und das versucht natürlich der Fälscher dementsprechend gut nachzumachen. Ich für mich gucke nach ganz anderen Merkmalen und habe mir da so einen kleinen Wortschatz zusammen gemacht, der heißt Physiki, fühlen, sehen, kippen. Und da kann man sehr schnell erkennen, ob eine Note echt oder falsch ist. Sie haben uns jetzt zum Beispiel noch zwei Fünfziger mitgebracht, davon ist einer echt und einer falsch. Vielleicht können wir anhand der beiden Scheine mal zeigen, worauf wir achten müssen. Ich gebe Ihnen die mal. Danke. Und bei den Noten, die ich kontrolliere, grundsätzlich die Rückseite kontrollieren, weil auf der Rückseite haben Sie bei den großen Noten die Möglichkeit, da wo Sie Ihren Zeigefinger haben, an der großen Wertzahl, einen Farbenumschlag zu sehen. Der ist von Lilla über Goldbraun bis zum Grün hin. Und das haben alle größeren Noten, also 50, 100, 200 und 500. Es gibt auch keine Fälschung, die diesen Farbenumschlag hat. Okay, also sehr sicher, wenn ich das erkenne. Jetzt kann ich bei dem oberen erkennen, da ist die Farbe, bleibt die stehen und der untere, der wechselt. Und selbst in diesem Licht jetzt, was auf hier fällt, sehe ich das Wasserzeichen ganz deutlich. Das ist das zweite Merkmal, wo ich gucke. Ein Wasserzeichen ist auf das Papier sehr dünn, das ist über der 50, das sehe ich von hier aus. Und ein Fälscher kann kein Wasserzeichen machen, weil das schon bei der Fertigung des Papiers eingebracht wird. Das ist ganz dünn, das Papier. Und so Fälscher hat nur ein gedrucktes Wasserzeichen drauf. Jetzt gibt es auf unterschiedlichen Scheinen unterschiedliche Merkmale. Sie haben uns auch zwei 20-Euro-Scheine mitgebracht. Was ist da anders? Die kleinen Scheine, 5, 10 und 20, die haben nicht diesen Farbenumschlag in der Wertzahl, sondern die haben in der Mitte einen goldenen Streifen, ich sage immer so die goldenen 20er. Und wenn Sie den kippen, geht der silbern, goldig und geht ins Negative. Die oberen hat es ganz leicht eine Fälschung drin, aber das können die momentan auch nicht herstellen. Okay. Was passiert eigentlich, wenn mir so ein Geldschein, sage ich jetzt einfach mal, untergejubelt wird? Was mache ich dann, wenn ich das zu Hause feststelle? Wenn Sie das zu Hause feststellen, haben Sie nur die eine Chance, diesen Geldschein an die Polizei zu geben oder an eine Bank abzugeben, der wird eingezogen. Wenn Sie jetzt denken, aha, der ist falsch, aber ich gebe Ihnen bezahlender mit meinen Brötchen den nächsten Morgen, dann bringen Sie Falschgeld in den Verkehr. Das heißt, Sie begehen eine Straftat. Was ist, wenn ich das unwissentlich tue? Wenn Sie das unwissentlich tun und es stellt jemand fest, er hat von Ihnen Falschgeld bekommen, könnte es natürlich sein, dass Sie auch in Kontakt zur Polizei kommen, weil wir müssen dem danach gehen. Mit allen Möglichkeiten, gegebenenfalls auch mit einer Durchsuchung drin. Strafrechtlich werden Sie nicht gemacht. Aber das Wichtige dabei ist, und das sollte man sagen, Sie bekommen keinen Ersatz für dieses Geld. Darum ist Kontrolle im Vorfeld besser. Also ich selber muss jedem Schein, den ich entgegennehme, auch in einem stressigen Alltag, muss ich immer kontrollieren, also alles, was ich sonst in meinem Portemonnaie habe, kann falsch sein und kann nichts wert sein. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass Sie als Privatperson eine falsche Note in die Hand bekommen, ist verhältnismäßig gering. Ich habe gesagt, fünf Noten auf 10.000 Bundesbürger. Und das sind eher auch die Leute gefragt, die täglich mit Geld umgehen. Aber ich habe mir angewöhnt, grundsätzlich gegen Geldscheinen zu kontrollieren. Wenn Sie das eine Woche machen, nur auf die Rückseite gucken, dann werden Sie sofort feststellen, wenn was an dem Schein nicht stimmt. Und dann haben Sie natürlich das Recht, die anderen Fälschungsmerkmale nachzugucken. Aber die kann man sich am besten auf unseren Seiten anschauen. Da gibt es Blütenträner. Also da gibt es wirklich genau, wo sind auf welchen Scheinen was zu beachten. Aber jeder hat eigentlich die Pflicht, das zu tun, wenn er einen Geldschein entgegennimmt, oder? Also ich würde es schon sagen, allein aus eigenen Schutzgründen. Und ganz besonders würde ich es tun, wenn ich irgendwelche großen Bargeldgeschäfte abgewickelt habe mit Leuten, die ich nicht kenne. Autoverkauf, Möbelverkauf, wo Bargeld geht. Ich würde auch sehr achten darauf, wenn ich Gelte bei großen Volksfesten zurückbekomme, jetzt die Weihnachtsmärkte, die angehen. Weil ich als Falschgeldbesitzer würde natürlich diese Chance, große Menschenmengen, kleine Dinge kaufen für einen verhältnismäßig großen Schein in Glühwein, für einen 50er oder sowas, nutzen, um Falschgeld in Umlauf zu bringen. Also da würde ich schon gucken. Jetzt kennt man ja auch, wenn man mit Bargeld bezahlt, sag ich mal im Supermarkt, dass diese Scheine immer unter einem Speziellen nicht kontrolliert wird. Andere benutzen irgendeinen Stift und streichen ihn über dem Schein. Wie sicher ist das denn? Also für mich ist das unsicher, weil unter UV-Licht sehen Sie die UV-Merkmale. Ich habe Ihnen einen 200er mitgebracht. Der hat genau die fast die gleichen UV-Lichtmerkmale, die einen Echtschein hat. Ich müsste auch genau gucken, welche UV-Lichtmerke hat das. Und wenn man die Verkäuferin fragt, wonach gucken Sie, sagen Sie, dass Fusseln drin sind, dass die Sterne aufleuchten. Aber das hat eine Fälschung auch. Und das mit dem Stift, der reagiert auf Stärke im Papier drin und der Fälscher hat auch Möglichkeiten, ein wenig stärker auf den Geldschein aufzubringen, sodass der Stift auch darauf reagiert. Ich finde das ja nicht gerade als sicheres Merkmal. Man muss das genau können. Für mich ist es einfach wirklich fühlen, sehen, kippen. Weil ich sehe schon, wenn Sie Geldschein jetzt in die Hand nehmen würden und mir Drückseite zuwenden, würde ich schon feststellen, ob der falsch oder echt ist. Das habe ich jetzt gesehen, dass unten die Wertzahl nicht kippt. Das stimmt. Aber das ist auch, im ersten Moment glaubt man, sie kippt. Wenn man aber erst ganz genau guckt, dann sieht man, dass sie es nicht tut. Gibt es eigentlich eine Währung, die besonders fälschungssicher ist? Ist das unser Euro? Ich würde fast sagen, das ist der Euro. Die meistgefälschte Währung weltweit ist der US-Dollar. Was ist denn, wenn zum Beispiel jetzt irgendwann Fälscher alle Merkmale doch reproduzieren oder produzieren können? Ich glaube, da hat die Europäische Zentralbank schon einen neuen Notensatz in der Hand. Genauso wie die D-Mark, wo eine Variante A auf den Markt gekommen ist, wie man festgestellt hat, dass zu viele Sicherheitsmerkmale gefälscht werden, also nachgemacht werden. Und da denke ich auch, dass dann sehr schnell auch eine Variante A vom Euro in Umlauf kommt, die weiterhin weitere Sicherheitsmerkmale hat. Also das heißt, die Scheine, die Geldscheine können sich immer weiterentwickeln, was die Sicherheitsmerkmale anbelangt. Ja, auf jeden Fall. Herr Frank Hasenklever, herzlichen Dank für die sehr interessanten Informationen. Danke, dass Sie unser Gast heute waren. Liebe Zuschauer, wir sind leider schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Ich möchte Sie aber noch auf unsere Internetseite www.gutenberg.tv hinweisen. Dort können Sie alles Wissenswerte über unseren Sender, über unsere Sendung erfahren. Und auch diese Sendung können Sie in der Mediathek noch einmal ansehen. Das Team von Gutenberg TV sagt vielen Dank fürs Zusehen, ein schönes Wochenende und bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017